hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal wir sind bei einer weitere folge ets wie man sieht und zwar sind wir immer noch in hannover wir stehen jetzt auf dem messegelände in hannover und haben gerüstteile geladen damit machen wir uns auf den weg nach trawemünde 22 tonnen gerüstmaterial müssen von hannover messe nach trawemünde gebracht werden da machen wir uns auf den weg das erste mal hier in hannover auf dem messegelände gewesen das vielleicht bis jetzt auch noch nicht wenn es euch gefällt das vielleicht natürlich nicht vergessen und dann links abbiegen folgen wir gerne auf twitch dort sind wir auch das öftere mit ets live im multiplen dass man auch schön ein paar touren zusammenfahren kann ich würde mich auf jeden fall freuen so habe ich das erste mal auf dem messegelände gewesen ganz früh war es auch nicht das ist ja auch sehr gut die ganze überarbeitung gekommen und so oft bin ich auch nicht in deutschland unterwegs meistens bin ich doch eher auswärts unterwegs rechts halten und dann rechts abbiegen biegen nach rechts ab und ab 12 min sind natürlich kein ende hoch aber auch solche touren muss immer gemacht werden und dann So, Wolfgang, ist du ein Kofferbomb? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. So, Wolfgang, ist ein Kofferbomb? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte links halten. Rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten. 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 Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.